Tondeo und Quarfirst Paris präsentieren Holistic Cures. Neuartige Pflege- und Trockentechnologie. Haare pflegen und trocknen in einem. Den Holistic Cures, ein High-End Haartrockner in höchster Qualität zu nennen, ist richtig. Aber nur die halbe Wahrheit. Denn in diesem neuartigen Föhn steckt zusätzlich ein echtes Haarpflegesystem. Das Geheimnis liegt in zwei japanischen Vulkanmineralien, die im Heizelement verarbeitet sind. Eines der beiden Minerale wird aus einem Vulkan in Japan gewonnen. Das andere Mineral entstammt aus der Unterwasserablagerung vulkanischer Aktivität. Diese beiden Mineralien strahlen ein einzigartiges Licht mit einer für das menschliche Auge unsichtbaren Frequenz aus. Beide wirken unterschiedlich, je nach Temperatureinstellung des Haartrockners. Der rote Stein, das Mineral aus dem japanischen Vulkan, ist bei hohen Temperaturen am wirksamsten. Die blaue Tonerde bei niedrigen Temperaturen. Der High-End Haartrockner Holistic Cures verbindet die Wirkung beider Materialien mit einer neuartigen Pflege- und Trockentechnologie. Der rote Stein kann seine Wirkung am besten bei großer Hitze entfalten. Licht vibriert in Terraherz-Sequenz und bringt die Proteine im Haar in Bewegung. Überschüssige Wassermoleküle weichen aus dem Haar. Durch diese schonende Trocknung von innen wird die Trockenzeit um 40% reduziert. Gleichzeitig bilden sich neue Moleküle, die den natürlichen Feuchtigkeitshaushalt des Haares bewahren. Der blaue Stein reagiert auf die Luftfeuchtigkeit der Umgebung und ionisiert die Wassermoleküle, die dann tief in das Haaresinnere transportiert werden. Das Haar wird so vor dem Austrocknen bewahrt und erhält besondere Geschmeidigkeit und Glanz. Der Cure-Modus emulgiert die Schuppenschicht des Haares mit Hilfe des Lichtes in Terraherz-Frequenz und einem sanften Wind. Die Schuppenschicht schließt sich und schützt das Haar vor äußeren Einflüssen. Unerwünschte Nebeneffekte wie Friss oder Sprödigkeit und Spliss haben keine Chance. Das Haar erhält Geschmeidigkeit und Glanz. Holistic Cures